Der Radio 7 Gast der Woche, diesen Sonntag von der Insel Mainau mit Gräfin Sandra Bernhardt. Ich freue mich sehr. Danke, gleichfalls. Wie ist denn eigentlich Ihr Kontakt zur schwedischen Königsfamilie? Ich habe gehört, Sie haben sich mal verabreden wollen mit Kronprinzessin Viktoria und haben sich über die Hofdame so Zettelchen zukommen lassen. Genau. Also der Groß, der Karl Gustav ist der Großonkel von meinem Mann und so sind wir verwandt. Und das hat sich jetzt natürlich noch verengt, weil wir geheiratet haben und alles. Und das war wirklich so. Also wir haben uns Zettelchen geschrieben mit den Hofdamen und dann entstand ein Mittagessen mit ihr und mit ihren Eltern. Also nichts mit WhatsApp schicken bei so Prinzessinnen und Gräfinnen. Das läuft noch ganz altmodisch, aber sehr romantisch. Ja, finde ich auch. Wie das Leben auf der Insel Mainau von Gräfin Sandra Bernhardt genau aussieht und welche Rolle dieser süße Rund dabei spielt. Und vieles mehr diesen Sonntag von 10 bis 12 auf Radio 7. Danke.